Hallöchen! Halt die Fresse! Und hier ist wieder Let's Play Wolf Team seit Jahren mal wieder. Together. Ne, Gubi? Ja. Ich bin auch wieder dabei. Er ist leider auch wieder dabei in deinen Spaß. Leider. Und ich... Leider, Guys. Ja, wir mussten lange Zeit pausieren, aber es geht endlich wieder weiter. Und ich weiß nicht was Spuren. Alessio, wo bist du? Bist du sehr fetter, Kai? Hihihihihi. Meine Liebungswaffe. Ich muss dann wieder üben, ey. Ich auch. Ich nicht. Ja, der kann weder mehr. Ach, war das ein Gegner? Wie immer fangen Geschlecht an. Wie immer fangen Geschlecht an. Gaby, ich spiel ja schon zu spiel. Nein, vielleicht ist das von mir. Spiel doch jetzt. Nein. Schnauzen immer nicht an, ey. Das nervt schon. Das sind ja welche in unserer Dinge. Ey, Gaby, fick dich. Fick dich. Ja, ich hab nur die gleiche Mutter, ne? Fick dich. Nein, der hat Hurensohn gesagt. Nein, der hat Hurensohn gesagt. Nein, der hat Hurensohn gesagt. Dann hat er aber noch Hurensohn noch vorgesagt. Oh, Hatschot. Nein, ich bin tot. Du Hurensohn. Wer führt? Dein Vater. Boah. Boah. Wir sind Arschloch. Aber das war eine. Du bist mein Vater. Nein. Ich komm gleich. Du kannst doch mal helfen, ne? Stirb. Du bist ein Fürstchen. Nein. Halt dein Maul. Ich bin kein Würstchen. Ich bin voll... Halt dein Maul. Ich bin kein Würstchen. Ich bin voll... Halt dein Maul, ey. Du Dreckiger Fisch. Ach, jetzt sind wir noch hier. Oh nein, das fliegt. Wo ist der Wolf? Ich balle nur hier irgendwo. Ich bin doch tot. Hast du einen Untrag? Alter, ja. Der ist nicht tot, der ist da noch. Nein. Boah, oh nein, oh nein, da ist jemand. Nein. Scheiße, ich hätte fast... I'm coming. Dann komm mal. Ich bin schon wieder total schlecht. Alter. Ist aber hier nichts Neues. Heee. Ich habe viele M.S. hatten echt bei dir. Hoffentlich, warum? Nein, ich hätte... Sag doch, oh je. Ich habe es gemacht. Nee, ich hätte nur fast umgebracht. Scheiße, ein Wolf war gerade da. Nein, Wolf. Oh je. Was, Mann. Wollt ihr? Was? Woher ich den bitte sehen könnte? Oh Mann. Okay, warte. Amen, Akkoriomisch. Der ist in der Kanale. Hallo. Die sind ja mit... Der Erste hat 229. Was ist denn vor mir? Ja, okay, das reicht schon. Ich muss mir nur eins sagen. Okay. Komm, ich bin still. Keine Ahnung. Guck mal auf, ich hänge. Ey, Mann. Ich habe jemanden umgebracht und es wird mir nicht angezeigt. Ey, Amenakoyom, Alter. Das ist was anderes. Ach, halt, Maul. Ich habe noch voll ein Hecht verpasst. Das habe ich voll gesehen und trocken. Ey, so hast du nicht mehr du... Ey, mal trenne ich jemanden und dann kriege ich nur eine perfekte Belohnung dafür. Halt's Maul. 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 Ich habe ihn mit dir. Oh, ich bin mal zufrieden. Oh, ich bin mal zufrieden. Oh, ich bin mal zufrieden. Oh. Oh, ich bin mal zufrieden. Oh, Alter. Was ist denn eine Scheiße? Oh, Alter, die sind schon 24. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist so süß, ne? Ich glaube, das ist hier in der Ecke. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch scheiße. Ich bin hier immer abgeknallt wie ein Wahnsinn, nigga. Das macht mich voll aggressiv, nigga. Jetzt kommt eh so ein Horn. Ich habe nicht gesagt. Ich habe gesagt, wo? Ich sage sowas wie nigga nicht bei einer Aufnahme. Ach ja, ich habe es gesagt. Da war eine, da war eine. Ich habe eine Schnauze. Oh nein. Ist alles auch gestoppt. Die sind ja eigentlich nicht mehr tot. Ach nee. Ich habe es auch gemerkt. Ich habe es gemerkt, ich bin schlecht. Was war das jetzt schon wieder? Ach, fickt euch doch. Drecksspiel. Okay, das Spiel ist eine Schuld für diese Arschlöcher. Ich mag die nicht. Du hast deine Waffe genommen, ne? Ich mag die nicht. Wer hat meine Waffe genommen? Ich. Warum? Weil ich es kaum. Scheiße. Scheiße.